Hi, grüß euch. Willkommen hier auf Bernis eigener, spezieller Seite. Bernie, stolz auf dich. Wir sind hier im Trainingslager des FC Bayern in Arco, ganz nah am Ufer des Gardasees im schönen Trentino. Wieder eine Trainingseinheit hier. So viele Bayern-Fans, auch Familien, Kinder, die hier Urlaub machen und gesagt haben, da schauen wir uns die Bayern an. Gern, Bernie? Da seht ihr sie alle hier bei bestem Wetter. Und hier auch warten sie alle, dass die Spieler dann kommen und Autogramme geben. Wunderbar, ach hier, schau mal, auch da Kids Club, bist du Kids Club-Mitglied? Echt? Warte mal schnell, Moment, ganz kurz. Das machen wir da, Bernie, machen wir schnell, oder? Hier, komm, so, komm mal her, das finde ich ja cool. Wie heißt du? Timo, das ist Timo. Timo, wo kommst du her? Aus der Nähe von Köln ist das, ha? Da schau her, Timo, und du machst Urlaub hier mit Mama und Papa? Lass dich mal anschauen, damit wir dich sehen, so. Weißt du was, Timo, den kennst du hier, ja? Dein Bernie? Jetzt dann so vorgestellt, so groß, so dick. Weißt du was, Timo? Komm mal mit, gib mir mal deine Hand. Wer ist denn dein Lieblingsspieler beim FC Bayern? Hast du einen? Gomez? Er hat ja noch Urlaub, gell, unsere Nationalspieler. Aber weißt du was? Wir gehen jetzt, Bernie, mit Timo einfach mal ganz nah ans Spielfeld, an den Rand. Und da kann der kleine Timo einfach mal zuschauen, wie die Spieler des FC Bayern München hier so eine Trainings-Einheit machen. Timo, wie alt bist du eigentlich? Sieben Jahre alt. Schau mal her. Timo, da sind sie alle. Schau mal, kennst du die schon? Da die Neuen, da hinten der Trainer Jupp Heynckes steht da vorne, ja? Und dann hier vorne, Xerdan Shaqiri, der große Daniel van Beuten. Jetzt hier jetzt üben sie gerade Flanken schlagen. Und dann Schuss aufs Tor, David Alaba. Jetzt kommt der Dante, der Neue. Da, siehst du? Jetzt hat er, ah, Dante aus Mönchengladbach. Das ist cool, oder? Spielst du auch Fußball, Timo? Ja. Ja? Bist du für einen, bist du ein Stürmer oder ein Abwehrspieler? Also, es war in der Leckton-Song-Abwehr und jetzt kommt der Sturm. Ah, er war in der Abwehr und jetzt kommt der Sturm. Ist doch cool, he? So nah dran an deinen FC Bayern. Da ist Arjen Robben, schau. Siehst du Arjen Robben, da vorne noch mit dem blauen Leiberl auch. Alle sind gut gelaunt, alle freuen sich. Gern? Und zwar, warum freuen sie sich? Weil Berni jedes Mal am Spielfeldrand steht und weil wir so tolle Bayern-Fans haben wie den Timo, die im Kids-Klub sind. Okay. Also ihr seht schon, wir haben hier Spaß im schönen Italien. Und Timo, wer wird Deutscher Meister? Letzte Frage an dich. Wer wird Deutscher Meister in der neuen Saison? Bayern. Der FC Bayern München. Du kannst da noch reinwinken. Fertig. Servus.